Die entführte Stadt, Band 10, Klasse 2. 2 und 3. Spaß anlesen. Das scheint wohl dann so ein Schulbuch zu sein. Es kostet rund 8 Euro. Ihr seht selber, was zum Schreiben ist da drin. Ein bisschen Rätselspaß. Aber ich wollte es euch einfach nur mal zeigen, dass es eben sowas gibt. Das ist für Schulklässler der Klasse 2 und 3. Super DC. Super Mann. Die entführte Stadt. Spart anlesen. Band Nummer 10. Für rund 8 Euro, wie gesagt. Sieht witzig aus. Ich habe natürlich schon mal reingeschaut. Ich muss auch sagen, Ansicht ist die Comic, die da drin sind, gar nicht mal so schlecht. Aber ihr seht selber, es hat mit Comic jetzt weniger zu tun. So, ich zoome jetzt mal ran. Wer natürlich dann mitlesen will, drückt jetzt immer wieder auf Pause. Aber ihr seht es selber. Es ist wirklich ganz wenig, ich sag mal, bilderlastig. Es ist wirklich was für die Kleinen zum Lesen üben, Lesen lernen. Oder überhaupt Spaß anlesen zu kriegen. Weil ja, Superman, ein Held. Ihr seht es selber. Es sind schöne, große Buchstaben. Im Prinzip kann man sich so nicht verlesen. Es sind ab und zu ein Bild dabei. Ihr seht, da ist der Raumschiff, der die ganze Stadt jetzt entführt. Ja, ein bisschen heiser. Aber ich hoffe, hoffentlich macht es euch nichts. Aber ihr seht selber, es ist wirklich großzügig geschrieben. Dann natürlich der Superheld Superman. Ihr seht das selber. Es ist wirklich ein Comic. Ein Lesebuch. Genau, ein Lesebuch ist es ja. Weil für ein Comic müssten ja wirklich die ganzen Seiten mit Bilder behangen sein. So würde ich es beschreiben. Deswegen sage ich jetzt mal, ein Lesebuch mit Bilder. Genau, das ist es. Superman, die entführte Stadt. Super, DC, Heroes, Lesebuch. Genau, es ist ein Lesebuch. Ihr seht es selber. Da ist die entführte Stadt. Sie ist wieder da. Kryptonit. Ihr wisst ja. Freund von jedem Supermann. Aber, ihr seht es selber. Ein paar gemalte Seiten sind da drin. Sonst eigentlich relativ wenig. Habt ihr da noch was zum Nachschreiben, was ihr gerne haben wollt. Dann habt ihr hier, ihr seht es selber, ein paar Rätsel, die dann wohl in das Comic zu lösen sind, wenn ihr es durchgelesen habt. Da habt ihr auch noch was zum Ausmalen mit bekleben. Dann natürlich Lesespaß, was es noch alles gibt. Batman, Superman, noch andere und so weiter und so fort. Also, ein sogenanntes Lesebuch. Super, DC, Heroes, Lesebuch. Superman. Die entführte Stadt für zwei und drei Klässler. Band Nummer 10. Spaß an Leben. An Lesen. Entschuldigung. An Leben sowieso. Für rund 8 Euro. Ihr schreibt mir natürlich alles in die Kommentare, wie ihr es findet, was ihr davon haltet. Ich versuche mal, irgendein Buch darüber unter dem Video zu verlinken. Sicher und bequem. Wisst ihr immer. Geht immer. Günstiger. Naja, müsst ihr selber entscheiden. Haupt 8 Euro für euch passend ist. Aber nichtsdestotrotz ist das aller, allerwichtigste ja sowieso. Bleibt auf jeden Fall gesund. Und dann guckt hin und schaut zu.